Und wieder bei dem wohl-unfesten Let's-play-Dex-Sanken-Wild-Hexen, Death-King aus The Dark Citadel. Oder Death Knight? Death Knight aus The Dark Citadel. Weil Englisch spricht, ist immer so, wie so ein anderer Verbeten. Ok, also die Dreieck und Kreuz. Hier ist auch nochmal Telefon. Der gleiche. Einmal eine Tür. Nochmal eine Tür. das sieht mir aus in der falle hier brauche ich den castle key irgendwas auf, ach du scheiße alle lecken vom arsch war es schon Feuer da, soll es sein, oh jetzt brennt es hat es noch was bedeutet oh jetzt noch, ah jetzt noch ein Sculpt ja gut, und jetzt haben wir noch ein Sculpt mehr, jetzt bin ich wieder hier, na super also wir brauchen jetzt auch noch ein castle key so, alter jetzt weiß ich gar nicht mehr, oh da muss ein Trophäe her damit, danke jetzt weiß ich gar nicht was wir hier für machen müssen ok dann müssen wir wohl, wohl oder übel, schauen wir mal wieder in diese Scheiß-Sumpf-Gebieter oh man, dieses Map-Pack, hä, warum ist der zu, hm äh, nein, ich muss, oh Gott, wo muss ich denn lang, ich hab keine Ahnung, hier lang oh man, oh man, oh man, oh man, ich will hier aber nicht sein, hier sind so böse Viecher ach so, siehst du jetzt, jetzt haben wir alle drei das heißt, wir können noch alle drei mit einem öffnen aber das ist eine gute Idee, ich hab keine Ahnung und dann gucken wir mal, ähm, dann gucken wir mal, ähm, ob wir die alle angelockt bekommen, ob wir alle herkommen, oder ob wir das einzeln holen müssen vielleicht doch, vor allem hier, hier kommt ihr auch zum Beispiel in den Käfig rein, das ist ja noch besser oh man, oh man ja, und ich renne noch genau rein, Alter, wird mich verarschen ok, klingt ruhig hier sind überall die ganzen Bäume weg äh, wo geht's so lang, oah ach du scheiße ach du kacke ich sterbe einfach ja, ich sterbe, komm, sag ich drauf man muss wissen, wenn man einfach Geschichte ist komm jetzt komm jetzt oh komm jetzt ich bin immer noch mal ja Alter! Wow! Das ist so viel entgegen! Ja, das kann ich kaputt machen, yay. So, da ist Boni, kommt man da hoch? Ja, kommt man weg mit dir. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Alles kaputt machen. So, wir brauchen die ganze, die gesamte Medizin, die kommt wahrscheinlich nicht hoch. Hier kommt man wieder hoch. Schade, 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 schade. Keine Sequels, kein nichts, kein gar nichts? Das bringt ja einen scheiß Ernst hier, alter Kind-Sequels. Oh oh. Okay, das letzte war eine Falle. Oh nein, wir brauchen wieder, oh nein. Oh nein. Wo ist die denn her? Alter, wirst du eine Falle, eine Falle würde reichen. Oh, malalala. Okay, die bin ich einfach sicher, hoffe ich. Okay, die bin ich einfach sicher, hoffe ich. Also, wieder Schalter suchen. So, wo geht's hier hin? Hier geht's auch wieder bei manchen hoch, na super. Oh, da steht der Weg. Uh, das war nice. Einen anderen, wo geht's da lang? Ach du Schochleck mit dem Arsch. So, das war das, dann geht's jetzt auch zum nächsten. Ah, hier geht's auch wieder mit der Treppe, sehr schön. Hoffentlich die Grabsteine. Ah. Was? Aber was auch immer. Oh man. Ah du. Stinkt ja nach volle, eh fuck. Nein, überhaupt nicht. Na komm. Okay. Was? Hä? Oh, okay, warte. Was zur Hölle? Wo bist du denn jetzt hier? Hä? Sind doch schon wieder welche nachgesponnt oder was? Was? Oh. Oh. Okay. Ach du Scheiße. Ihr wollt'n doch verarschen. Oh nein. Also langsam geht's mir, wie soll man sagen. Bleibt das schon, ne? Alter, ich will jetzt was nicht ab. Was ich was geht nicht ab. Da kommen diese komischen roten Fischer. Hier kommt diese Magier. Alles ist von allem über allem übertrieben. Eher verarschen. Oh. 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 Oh, okay. Ah, wir müssen doch noch ein Drittel Okay, das ist wahrscheinlich bei dem dritten Ding Dann musst du dann was darüber da kommt Dann auch so ein Ding Okay, das ist wieder raus Ach du Kacke Oh, Alter Ist ja schlimmer als Mission Impossible Ich höre immer noch welche Also nur mal so ganz neu Ist es hier drunter rum oder Ich hoffe es doch So, geht es hier rein Ja, hier geht es rein Okay, über die Tür Gefällt mir nicht so sehr Wo ist jetzt alles? Alle Öffnen? Oh Oh wow Is this your friend for me? Keine Ahnung Kommt jetzt immer auf hier Oh, ein Teleporter Oh nein Stirb halt bitte einfach Hey, lieber Scheiße Das ist ja komplexe kriegst du da ja Oh, da ist die Rüstung 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 Und dann ist die Rüstung Oh, da ist die Rüstung Das ist das hallo hier kommt noch einer ist der letzte weißt du? die Hase... der Sharky schreckst du blutest du Arsch! Was ist denn los mit dir? oh man oh man... gleich schon dunkel hier Jo... Plattform weiß ja dann höre ich das halt so haben wir jetzt wieder hier besucht? ja haben wir was das was? wenn ich? ach du kacke was hier los? ja 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 na ja 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 Ja, ich bin doch mal hoch jetzt hier, du Arsch. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da rauf, kann ich einfach rüberspringen? Ja, kann ich, wenn ich mir mögliche. Achso, ich kann einfach so rauf springen, sagst du doch gleich. Oh oh, ach du Schatten, da ist doch keine Idee, da ist doch keine Idee. Was sehen die denn alle? Ach man, was da war die Leute. Ach hier sind sie. Die sich schon mal versammeln, ey, an einem Fleck. Was haben die denn denn für eine KI? Oder ist das geplant? Ach so, ich bin so schnell. Ach so, ich bin so schnell. Ach so, ich bin so schnell. Zum Glück gibt es ja keine mit diesen komischen Schutzschildern, ey. Kann ich hier hoch? Ja, ich kann hoch. Ah, ein Schlüssel. Wetter ist der Castle King. Boah, Alter, Leute, was ist denn hier los? Ich muss das mal alle irgendwie erledigen. Was haben wir jetzt? So, das hier war hart nach der Falle aus. Wow. Oh, oh, oh. Geschafft. Toch- Ach so, wer auch noch funktioniert? Ja, ist das gut? Oh das heißt, die die Leute. Ich weiß nicht, wie ein Verkauf ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ok, das heißt es geht einfach darum, möglichst wenig Schaden zu bekommen, insgesamt, damit man das Ganze überlebt. Ah ja, zum Glück gibt es hier Fläschkens. So, wo war jetzt eigentlich unser Anfang? Ich habe keinen Plan, wo wir reinkommen sind. Jetzt haben wir diesen Castle, das heißt wir sind jetzt hier eigentlich fertig, denke ich mal. Ist das hier der Anfang? Nein, das ist nicht der Anfang. Ist das hier der Anfang? Ja, das ist der Anfang. Oh Mann, Alter. Tschüss. Ok, so, für zu dem Thema. Komm ich jetzt mal mal durch, danke. So, jetzt haben wir den Castle Key. Wo muss ich jetzt mit dem Castle Key noch mal rein? Das war ja hier in dem Ding, ne? Hier war ich drin. Oh Mann, jetzt nö. Aua. Ach komm, weg mit dem Arsch. Ach komm, weg mit dem Arsch. Ach komm, weg mit dem Arsch. Ach komm, das versuch ich jetzt gar nicht. So. Ach komm, weg mit dem Arsch. Ach komm, weg mit dem Arsch. Ach komm, weg mit dem Arsch. Oh Mann, weg mit dem Arsch. Was? Wo war der? Was ist das denn eigentlich? Keine Ahnung. So, hier war sowas mit dem Castle Key, richtig? Castle Key, Castle Key... Ach ja, hier oben! Äh, da! Und was genau? Habe ich was gemacht? Ich meine, hier war doch schon Feuer offen. Genau, hier habe ich ja diesen Sculpt gefunden. Ist hier noch was? Achso, vielleicht hinter. Ich auch nicht. Hä? Was zur Hölle hat denn der Schattel jetzt gemacht? Achso, das ist hier wahrscheinlich eine Falle. Nein, überhaupt keine Falle. Überhaupt nicht. Oh, kein Text, kein nichts, kein gar nichts. Super. Uah! Bitte gehen sie weg, ich gehe für den... Ah! Die Tür hat es geöffnet. Oh, Gott. Was? WTF? Bitte gehen sie weg! Boah, Alter, passt los mal durch, passt los nicht mal durch. Okay, da ist ein... Ach, da ist ein Scheitern. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich könnte doch mal schön klicken hier. Was ist das? Was ist das? Oh, Alter. Holy moly. Wtf. Oh, Alter. Oh nein. Man darf nicht loslassen, man darf diese verfickte Taft nicht loslassen. Dann ist er sofort weg. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, okay. Oh, okay. Ich weiß nicht, was ich hier fülle. Oh, ich bin getrunken. Oh, mein Gott. Okay, V-mode. Oha, wo erinnere ich denn? Alter, scheiß Fackel, äh Kerzen. War gerade hier, würde nach rechts gehen, hing aber dieser scheiß Kerze hier fest. Oder? Ach ne, an dem Ding, ja, du bist ja immer wieder mein Freund hier, Alter. Schau mal, da guck. Schau mal, da guck mal, da guck mal, da guck mal. Okay, komm ich nicht hoch, oder? Schade. Ich dachte gerade, da war was. Hier kann ich nur runter. Ach so, hier kann ich nur weiter. Oh, komm hier. Komm, ey, ist doch wieder heran, Mann, Mann, Mann. Ich bin in dieser Standposition, wo ich ihn nicht treffen kann, aber auch so irgendwie die Fässer schießt, aber er kann mich natürlich treffen, weil es ein Hure so ist. Oh, oh. Gibt es hier was? Gar nicht. Was? Ihr, 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 ihr habt mich verärts. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Mann, ich habe hier ja doch ein Klima-Waffe. Danke. Danke. Ich rufe euch hier das so gleiche an. Sind die, sind die eigentlich doch vertreten, Alter? Ist doch wahr. Ach, ich habe aufgegangen. Sehr schön. Gut, ich glaube, wir machen an der Stelle trotzdem noch Feierabend. Ja, da sehen wir uns morgen wieder.